Ich bin André, technischer Außendienst der Firma KS-DOS und möchte euch heute unseren universellen Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Adaptersatz vorstellen. Dieser besteht aus drei Teilen. Zum einen haben wir hier einen Adapter mit zwei Verstellnasen. Die Verstellung sorgt dafür, dass wir bei verschiedenen Bremskolben uns an die entsprechenden Durchmesser anpassen können. Und der Dreipunkt-Adapter funktioniert genauso, dass ihr in der Lage seid, auch die neueren Bremsanlagen, Bremskolben, zurückzustellen, die mit einer Dreipunkt-Aufnahme funktionieren. Zusätzlich befindet sich ein Adapter mit einem Vierkantaufnahme in diesem Adaptersatz. Der sorgt dafür, dass die Adapter auch bei älteren Bremskolben-Rückstell-Werkzeugen entsprechend ordentlich funktionieren. Bei den Adaptern ist immer ein Magnet mit eingebaut, so dass die Adapter auch gegen Herunterfallen vom Gerät gesichert sind. Durch die einzigartige Verstell-Verrichtung sind wir in der Lage, bei ca. 90 Prozent der Fahrzeuge die Bremskolben ordentlich zurückzustellen.